hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video schön dass ihr wieder eingeschaltet habt was bringt eigentlich eine solche solarpool folie für den pool wie viel grad kann ich mein pool damit aufheizen und welche angenehmen nebeneffekte oder funktionen hat diese pool folie noch das möchte ich euch hier einmal in meinem video erklären ich habe die mittlerweile seit drei jahren drauf und deshalb kann ich euch genau sagen was sie bringt und wofür sie gut ist und warum ich auch der meinung bin dass jeder eine solche solarpool folie haben sollte ich kann euch meine mal unten in der video beschreibung verlinken es gibt zwei möglichkeiten entweder schneidet man es direkt einmal auf poolgröße zurecht oder er macht so wie ich ich lasse sie überlappen das hat einen vorteil wenn sie überlappt schließt sie an den rändern meist etwas dichter ab und so kommt weniger licht in den pool rein und dementsprechend hat man weniger algenwachstum dazu kommen wir aber gleich noch erstmal vorweg auch noch ein punkt weil er häufig falsch gemacht wird die noppen der solarpool folie die kommen nach unten ins wasser und die glatte seite kommt nach oben machen viele häufig falsch habe ich am anfang auch verkehrt gemacht deshalb gleich am anfang des videos hier der hinweis ja ihr möchtet jetzt sicherlich wissen wie viel grad das bringt und was die folie noch so bringt das möchte ich euch hier in dem video einmal erklären bevor ich aber loslege habe ich ein kleines anliegen in eigener sache ich erreiche erfreulicherweise sehr für die zuschauer hier mit meinen youtube videos was mich wahnsinnig freut leider haben aber nur knapp zwei bis drei prozent der zuschauer die hier regelmäßig meine videos schauen auch meinen youtube kanal abonniert deshalb meine bitte an euch wenn euch die videos gefallen oder weiterhelfen dann abonniert gerne jetzt einmal unten kostenlos meinen youtube kanal ihr unterstützt mich damit wahnsinnig um auch weiterhin für euch diese videos machen zu können und ich freue mich natürlich auch über jeden neuen zuschauer der dazu kommt genauso übrigens wie auch über den daumen nach oben wenn euch das video hier gefallen hat erstmal möchte ich euch die frage beantworten wie ich meinen pool aufheize das ist halt auch ganz wichtig zu wissen denn wir werden auch gleich mal schauen was ich finde wassertemperatur hier bereits mitte mai habe ich habe hier zwei solarheizung für den pool die hier auf dem dach stehen und die ungefähr drei bis vier stunden in betrieb sind pro tag wenn die sonne auch scheint dann lasse ich das wasser dort auch durchfließen das heißt natürlich den pool auf und ja wir werden gleich mal gucken wie warm er ist ich habe hier könnt ihr sehen an dem schlauch unten und zwar am beckenboden die wassertemperatur die ich abnehme aber erstmal kommen wir zu den punkten was bringt mir diese solarpool folie wie viel grad kann ich mein pool nur allein hier mit dieser folie aufheizen das ist sicherlich das wichtigste thema und ich muss sagen über die jahre jetzt habe ich die erfahrung gemacht dass es so ungefähr drei bis vier grad sind die man mit der solarpool folie tatsächlich mehr hat das ist schon enorm und damit kann ich euch schon mal sagen das bringt sogar etwas mehr als die solarheizung die ich auf dem dach stehen habe jedenfalls wenn man sie einzeln bewertet von daher ist das schon mal ein großes stück aber die solarpool folie hat jetzt nicht nur den vorteil dass das wasser warm wird ihr könnt das häufig auch merken wenn ihr zum beispiel mal an dem pool rangeht und greift direkt unter die folie an die wasseroberfläche man kann fühlen dass das wasser dort für 10 bis 15 zentimeter wirklich extrem wärmer als als in tieferen schichten aber die folie hat nicht nur den vorteil dass sie das wasser aufwärmt sondern nachts wenn die temperaturen runtergehen oder auch wenn wir mal keine sonne haben und die temperaturen gehen runter dann hält natürlich ein abgedeckter pool mit so einer solarpool folie besser die temperatur aufgrund der noppen wo luft eingeschlossen ist die sich erwärmt wird das ganze gut isoliert sozusagen und die wärme und auch die wasserverdunstung wie auch die wärme aus dem pool treibt wird hier minimiert deshalb hält man die temperatur auch besser und das ist schon mal ein sehr sehr guter effekt ich war übrigens auch schon einmal drin im pool das war wirklich in ordnung es war jetzt noch nicht so warm aber man konnte schon gut baden gehen und das ganze mitte mai ja also noch wichtiger als eigentlich die heizfunktion ist die isolierfunktion dass nämlich die wärme auch im pool gehalten wird und nicht wieder einfach nach oben flöten geht wenn eine normale plane drüber macht die nicht isoliert ist ja wird auch kaum damit wärme halten aber die solarfolie hat noch gute andere eigenschaften die zahlreiche vorteile bieten jetzt stellt man sich häufig auch die frage ja soll ich die in schwarz nehmen blau nehmen oder durchsichtig von durchsichtig würde ich euch persönlich abraten ja ob jetzt in blau oder schwarz muss man so ein bisschen wissen was ist mir wichtiger die optik blau sieht natürlich besser aus vor allem wenn man vielleicht abends sein pool auch noch beleuchtet hat dann lässt die blaue folie das licht auch durch das sieht schön aus bei der schwarzen folie haben wir das nicht aber dadurch dass sie dann auch kein licht von der pool beleuchtung durch lässt lässt sie jetzt natürlich auch kein licht rein das heißt unten im pool ist es dunkel es kommt kein sonnenlicht keine uv strahlung durch und dadurch benötigen wir wesentlich weniger chlor wenn die uv strahlung gerade wenn die sonne recht hoch steht im sommer ist die uv strahlung sehr hoch spaltet das chlor auf und das chlor verbraucht sich sozusagen im wasser und wir benötigen mehr decken wir den pool aber mit einer schwarzen folie ab dann sorgen wir dafür dass wir weniger pool chemie in dem fall auch chlor brauchen und ja somit einfach auch geld sparen und natürlich den vorteil haben weniger chlor einsetzen zu müssen das ist ein sehr sehr großer pluspunkt und natürlich auch thema algenwachstum hat man auch häufig denn der pool steht ja oft in der sonne weil wir natürlich warm haben wollen und da kann es auch häufig dazu kommen dass dann algen wachsen gerade an den rändern wer sein pool mit einer schwarzen solarfolie abdeckt der sorgt auch dafür dass kein oder sehr wenig algenwachstum entsteht auf jeden fall sehr sehr viel weniger als wenn man den pool anders mit hellen folien abdeckt oder gar nicht abdeckt also auch noch ein sehr sehr großer pluspunkt ihr seht man hat nicht nur dass man den pool damit das wasser erwärmt die wärme drin hält ihr haltet auch noch die uv strahlung raus braucht weniger chlor algenwachstum wird minimiert und dann haben wir natürlich auch noch den vorteil ein abgedeckter pool ja es ertrinken sehr viel weniger insekten da drin ihr kennt das bestimmt wie viele tote insekten nach kurzer zeit da manchmal drin liegen aber auch alles was so durch die luft fliegt pollen blätter ja staub dreck alle das landet natürlich nicht in dem pool sondern auf der folie ihr könnt es auch sehen die oberfläche an meiner folie ist etwas verschmutzt aber auch da wird natürlich dafür gesorgt dass weniger schmutz im pool landet und dementsprechend muss ich weniger reinigen und auch wieder weniger poolchemie verwenden das sind wirklich zahlreiche vorteile und jetzt gucken wir noch mal wie warm mein wasser gerade ist aktuell wir haben jetzt den 16 mai so wir ziehen das mal vom grund weg häufig wird irgendwo an der wasseroberfläche gemessen oft wird das thermometer irgendwo am rand befestigt ja und geht gar nicht so richtig unter man hat auch nicht ein so langes seil und an der wasseroberfläche ist es natürlich wärmer allein jetzt durch die poolfolie aber wir ziehen es mal ganz raus ich zeige es euch auch in der kamera am boden ist es eher kälter denn ihr wisst ja warmes wasser steigt nach oben kalt ist eher nach unten was haben wir ich gucke 20 grad hier könnt ihr es einmal ablesen ich hoffe man kann es über die kamera erkennen ja mit dem mai wie gesagt 16 mai 20 grad außentemperatur haben wir jetzt meistens so 22 grad ungefähr das heißt der pool ist nicht sehr viel kälter als als es draußen ist kann man deutlich erkennen dass man natürlich den effekt hat bei mir allein nicht nur durch die poolfolie sondern halt auch durch die solarheizung das hat sicherlich auch noch mal ein bisschen was gebracht aber ich kann euch sagen aus erfahrung dadurch dass ich die solarheizung noch nicht so lange habe sondern die letzten zwei jahre ausschließlich mit der poolfolie gemacht habe dass die tatsächlich bei mir den größten effekt gebracht hat nicht nur was das thema heizen angeht sondern auch mit den anderen punkten die ich euch gerade genannt habe ja das ist mein ergebnis zum thema solarfolie für den pool ich hoffe das video hat euch gefallen noch weiter geholfen wenn ja das gerne daumen nach oben da aber nicht gern hier mein youtube kanal das ganze ist für euch wie gesagt kostenlos und wir sehen uns dann auch in einem der nächsten videos wieder macht's gut bis dahin